Und damit was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück zu diesem erneutem YouTube-Video. Ihr seht schon, heute gibt es endlich mal wieder ein neues Opening-Battle, aber ein ganz besonderes, denn wir sind hier in der Beta, meine Freunde. Ihr wisst, in dem komplett neuen Star-My-Guess-Update. Also, wie ihr seht, es gibt hier zum Beispiel neue Special-Skins und noch krass andere neue Skins hier. Einfach Minecraft-Skins und es ist wirklich geisteskrank, was hier hinzugefügt wurde. Aber das Ganze machen wir natürlich nicht alleine mit dabei. Ist selber, Bruder. Was geht? Was geht ab, Blumi? Wir ziehen heute die krassen Skins. Ich habe gehört, Battle oder was? Ja, wir machen heute ein geisteskrankes Battle. Also, wir haben auch beide Orderly-Stummel-Tokens aufgeladen, beziehungsweise wir haben geisteskrank viele, oder? Also, ich habe über 20.000 Grad am Start, Bruder. Ich auch, ich auch. Ich habe 21.000 Juwelen und 24.000 Tokens. Geisteskrank. Ja, Semmel, ich würde sagen, wir machen das Ganze so. Wir werden heute nur an dem neuen Glücksrad drehen und zwar an dem Showboat Rear. Das ist ja ein komplett neues Glücksrad, das kennst du ja, denke ich. Das sind halt wirklich zu 100% neue Skins nur dabei. Und da kann man auch Flacken und alles ziehen. So, Leute, ihr seht jetzt hier ganz kurz auch mal die Punktetabelle eingeblendet. Also, wir vergeben für Flacken und Fußabdrücke nur einen einzigen Punkt, da die Ziele nicht häufig kommen. Dann für Blau-Skins gibt es Ganze 3 Punkte, für epische Skins 5 Punkte, für Legendär 10 und für den neuen Special-Skin hier, der Under-Dragon, für den gibt es Ganze 25 Punkte. Und Semmel, wer nach 30 Minuten die meisten Punkte hat, der gewinnt das Ganze, würde ich sagen. Ich weiß nicht, bist du ready? Ich würde jetzt hier mal einen Timer starten einfach, dass wir auch hier genau nur 30 Minuten drehen. Ich bin ready. Letztes Mal hatten wir ja auch Battle, ne? Boah, ey, das letzte Mal war peinlich. Da reden wir jetzt nicht drüber, okay? Da reden wir nicht drüber. Lassen wir es einfach, Leute. Lassen wir es. Aber ich bin bereit. So, dann würde ich sagen, Seville, ich bereite dir mal das Glücksrad vor. Ich habe schon auf die 10 gestellt. Und ich würde sagen, wir können drehen in 3, 2, 1 und der Timer läuft 30 Minuten ab jetzt. Let's go. Und mein Glücksrad wird hier gedreht und ich habe als allererstes hier direkt einen Legendären Skin, Bro. Ich auch, Digga. Ich auch. Krass. Oh, oha, ich habe einen neuen Skin. Alter. Let's go, Army Man. Episch, Digga. Let's go. Ey, du hast auch Episch? Ja, 1 zu 1 einfach. No way. Oha. Oha, Digga, ey. Bro, das Kick liegt in der. Ich habe wieder Episch bekommen. Aber jetzt mal no joke. Wie geil sind die neuen Skins, bitte? Jetzt mal ehrlich. Die sind geisteskrankt. Ich habe mir alle angeschaut. Passt alle 10 von 10. Oha, ich habe einfach so einen Hamstersticker bekommen. Einfach so einen Hamster oder was? Ey, ist lustig. Der ist geil. Ist das überhaupt ein Hamster oder ist das ein Bläber oder was soll das sein? Capybara ist das. Das ist ein Capybara, heißen die. Was? Capybara? Mhm, Capybara, ja. Was ist ein Capybara? Ja, das ist ein Tier. So ein Tier ist das. Lol. Oh, 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 oh mein Gott. Was? 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 Was hast du bekommen? Bro, ich habe den Special Skin. Laber nicht. Bro. Bro. Never ever, never ever. Bro, nach gerade mal zwei Minuten den Special Skin. Ich lüge nicht. Ich schwöre euch, ich habe den Special Skin, Bro. Digga, laber nicht. Willst du mich verarschen? Ey, Bro. Das sind halt schon mal mindestens 25 Punkte, die ich jetzt gerade gezogen habe. Egal, ich drehe direkt weiter hier, Bruder. Ich drehe hier direkt weiter. Direkt weiter, Alter, Mann. Junge. Digga, wie kannst du denn Special Skin schon ziehen in der ersten Runde? Wir haben gerade mal zehnmal gedreht. Bro, ich weiß auch nicht, wie lucky das war. Oh, Mrs. Invincible. Bro, die ist auch geil. Das ist kein Geil. Joey, ich bekomme die ganze Zeit diese blöden Emotes. Oh, dieser Totenkopf. Ich habe den Biber. Biber, let's go. Ach, nee, das ist der Capybara, glaube ich, oder? Ja, meine ich ja. Das ist Biber-Selven, Bruder. Ja, das sagen wir Biber. Wir sagen da Biber. Genau. Da Biber. Ich habe gerade gemerkt, hier gibt es Italien-Flagge auch, ne? Ja, hier gibt es geisteskrank viele Flaggen auf jeden Fall. Und, und, und. Oh, boah. Okay, die habe ich jetzt gerade. Special! Special! Ja, wahrscheinlich, Digga. Lumi, da ist der Special! Ich habe Baby-Ball oder Baby-Doll gezogen, aber, Bruder. Baby-Ball? Du hast, hast du wirklich Special gezogen? Ich habe Special gerade gezogen. Wahrscheinlich. Was, was, was heißt wahrscheinlich? Der zieht in der ersten, dann glaubt der nicht mir in der zweiten. Hä? Also, also, es kann halt sein, dass du halt wirklich gezogen hast. Habe ich wirklich? Kann auch sein, du hast geblüfft. Ich weiß nicht. Alles klar. Zweite Runde bei mir ist vorbei. Bei dir? Ja, ich drehe jetzt in der dritten hier direkt, ne? Okay, die dritte hier rein, Leute. So, hier. Ich gehe jetzt sogar direkt hier in die Glücksper... Oh, oh mein Gott! Was? Nein, 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 nein. Nicht nochmal. Was? Bro, bro! Tag, was hast du bekommen? Bro, du glaubst mir das nicht. Ich habe ihn nochmal gezogen. No joke. Ich auch! Ja, genau. Ey! Ey! Ey, Lumex, ohne Witz. Ohne Witz. Ey, du siehst nach der Aufnahme nicht normal. Die haben, glaub ich, die Creator-Prozente hier erhöht. Das, was Bashen-Skin oft sieht. Ich... Nie im Leben hast du ihn auch gezogen. Oh, oh, oh! Ich hab... N-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n-n. Würde ich den mitzählen lassen, oder? Auch Duplikate, oder? Tja, aber ich hab halt schon Dinger, weil ich hab gestern im Video aufgenommen, ich hatte schon zwei, drei Skins. Hatte ich kurz? Ja, ich hab auch zwei, drei Skins, aber dann haben wir ja ungefähr ausgeglichen. Ich würde einfach sagen, Duplikate zähl mir nicht mit, aber Special Duplikat zähl mir mit einfach, würde ich sagen, oder? Okay, weil... Ja, komm, wir machen's so. Das heißt, Charmy, Du weißt Bescheid, Special Duplikate zähl mit, Dinger an die Punkteskala. Und ansonsten... Bro, ich dreh jetzt hier direkt weiter. Ich dreh hier direkt weiter, da kenn ich nichts. Ich hab zwei Specials. Zwei. Ja, ich glaub, Du blöbst ehrlich, aber... Ich glaub dir das nicht. Junge, warum soll ich in einem Glücksrad-Battle trollen? Hä, wir haben beide kein Screenshot, du kannst alles... Dinger, was? Ja. Ja, okay. Dinger, so... Ja, okay. Was? Noch was? Dinger, wenn willst du flachsen, Lumex? Bro, ich lüg nicht, Bro, ich kann nicht mehr. Ja, komm. Bro, ich hab ihn jetzt viermal gezogen. Ja, okay. Bro, ich hab ihn zweimal hintereinander gezogen. Du bist die flachs auf YouTube. Lügen, Lumex. Lügen, Lumex, Dinger. Du wirst sehen. Du wirst sowas von sehen, Bro. Dinger. Also, zweimal ist schon krass, aber viermal kommt... Das kannst du wirklich... Keine Ahnung, wie ich mir erzählen, aber... Lügen, Lumex. Unglaublich. Bro. Du wirst... Letztes Mal im Stream hat bei mir einer reingeschrieben, wo ist Lüg nur Lumex? Bro. Ey, Mann. Ja, was denn? Komm. Du kannst jetzt decken, was du willst. Ich weiß, für mich, ich hab ihn zweimal gezogen. Guckt euch das an, Leute. Zweimal hintereinander. Bro, das geht in die Geschichte ein. Ja, in welche Geschichte? Bro. In welche Geschichte? Ich hab noch nie jemanden gesehen, der in zehn Spins zweimal in Zwischs. Haha, ja, das ist klar. Sag mal, du fünfte Runde drehst. Ich dreh jetzt fünfte Runde. Okay, ich auch. Jetzt, let's go. Das ist ungefähr gleichzeitig, weil es toll sich dinger, weißt? Digga, aber... Ich schreib schon mal hier bei uns in den Chat. Digga, Mann! Digga, hast du heute irgendwas genommen? Hast du viel Cola getrunken? Bro, ich hab noch was besser gezogen. Du hast nur viel Cola getrunken, Lumix. Nein, Bro, ich schwör, ich hab ihn noch mal gezogen. Bro, ist mein fünfter. Ja, der Urlaub hat den Schiff getan. Ich hab meinen fünften Special Skin. Junge, wen willst du verarschen? Tust du legendär mit Special verwechseln oder so? Nein, Bro, wirklich nicht. Nein. Also vielleicht schon, vielleicht blöff ich auch. Das kann ja sein so, ne? Ja, Bro, du babbelst den größten Kack. Du hast vielleicht nicht mal einen Special Skin gezogen. Hier nochmal Mrs. Invisible mitnehmen. Hier nochmal auf Unsichtbar. Ich mach hier den Unsichtbarkeitsmodus. Digga, der kommt noch mal. Ich spür das grad, Saville. Ich hab das grad im Gespür. Der kommt noch mal. Ich spür das. Ja, okay. Oh, 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 oh. Okay, ist... Komm, dein extra Special Skin jetzt in 10 Runden. Ist nur, war nur der Biber Butzemann jetzt gerade? Aber egal. Ah, ganz knapp daneben. Digga. Special! 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 Hier bin ich. Hier, ich zeig's dir in die Kamera. Hier, warte gleich. Hier, hier, Special. Bruder, wen juckt's? Ich hab schon fünf. Fünf! Ja, ich hab fünf. Ja. Zeig mir, wenn du das sechste Mal drehst und wieder Special Skin ziehst. Okay, komm. Ich dreh jetzt das sechste Mal. Okay, du auch? Ich auch. Ja, ich auch. Gut, gut. Junge Leute. Lumex, seine Nase ist grad so lang bis zum Bildschirm. Nein, wirklich nicht, Bro. Ich kann... Okay, also... Vielleicht hab ich auch schon 10 gezogen. Ich weiß es nicht, Bro, ne? Vielleicht waren es auch schon 10. Der bringt den Lübner Lumex auf eine ganz andere Ebene, Digga. Oh, oh, ne. Oh, ne. Hab ich die schon? Aber ich weiß nicht. Ey. Hast du schon diesen japanischen Drachen gezogen? Äh, ja, ja, hab ich schon. Ich zieh ganz seit Biber Butzemann die ganze Zeit gerade. Ja, der ist cool, ja, der ist cool. Wir haben jetzt übrigens noch 22 Minuten. Ich weiß nicht, ob ich die Flagge schon hatte, aber egal. Ey, Bro, ich sag, am Ende kommt's so auf die Flagge und auf die Emotes drauf an. Wobei, ich hab eh schon gewonnen, weil ich hab schon 5er Special Skil gezogen. Der Cutter denkt sich gerade auch so, wie kann man nur so ein Lügner sein? Aber ich hab ja auch schon 2. Ich bin ehrlich, ich hab 2 gezogen, Leute. Ja. Ja. Du bist halt einfach nicht so gut im... Du hast einfach nicht das Glück so wie ich, Bruder, weil ich hab schon 5 Mal, weißt du? Ich bin nicht so gut im Glücksradbattle. Da bist du viel besser als ich. Ich hab türkische Flagge! Hast du auch zu geil bei dir, Tim? Ich hab deutsche Flagge! Deutsche Flagge! Ja, die will ich nicht. Bam, 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 bam! Dicker! Junge! Es ist so eine Verarsche, was du hier wieder erzählst. Ich dreh jetzt, ich dreh jetzt wieder. Ich dreh, ich dreh, ich dreh, ich dreh. Hast du eigentlich schon diesen grünen Spielzeugtypen gezogen? Bam! Nochmal hier den Pharao Crow gezogen, Junge. Aber ich nehm mich jetzt zurück. Ich chill jetzt, Bruder. Ich hab's wieso schon gewonnen. Ich chill jetzt einfach auf den. Du denkst jetzt so, du hast wirklich 5 Special Skins, ne? Denkst du? Ich denk es nicht. Ich hab es. Das ist der Unterschied, Bruder. Das ist... Hoppehase! Ach nein, den hab ich aber schon. Ich hab auch grad den Emote Hase gehabt. Hast du auch Emote? Ne, ich hab aber diesen komischen Drachen gezogen. Oh, den brauch ich noch. Ja, das ist doch die Mrs. Claus hab ich grad gezogen. Mrs. Claus. Die ist cool. Aber weißt du, wer mir auch fehlt, dieser mit den Clowns. Santa Claus, mit diesen krassen Clowns. Boah, Sandai, das ist so... Das ist, ich glaub, der coolste Skin überhaupt tatsächlich, denk ich. Welcher auch cool ist, ist der epische Power Ranger. Weißt du, wen ich mein? Äh, meinst du den, 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 den Soldaten in grün? Nee, 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 den hab ich vorhin gefragt. Aber diesen anderen, diesen... Der vierte Special! Lumi! Lumi! Yeah, mein sechster Special! Wen willst du verarschen, Junge? Ja! Wen willst du verarschen? Blu! Blu, mein sechster Special, yeah! Junge, liegt noch Lumex auf ganz hohem Niveau heute wieder. Ja, ich schreibe wieder so. Sag, wenn du es achte Mal... Ich dreh, ich dreh schon wieder, Bruder. Ich dreh schon wieder. Guck mal, ich glaub dir ja, dass du vielleicht, wie ich, vier Special Skins hast, okay? Aber, wie viel hast du jetzt? Sechs Stück? Ja, sechs. Bro, du verwechselst episch oder legendär mit Special. Hier nochmal den Totenkopf-Emote mitnehmen. Ey, hab ich auch grad bekommen. Ja, nee, das hat nix mit verwechseln zu tun. Ich bin halt, ich hab halt einfach das Glück, weißt du? Ich dreh hier grad so symbolisch das Glückshart mit hier. Zack! Okay, und was ist so dein... Special! Ja, okay, du lügst halt so... Ja, nein, Bro, du laberst, du laberst, du laberst. Nein, du siehst bei Aufnahme. Du siehst bei Aufnahme. Also, grad aktuell sehe ich gar nix, aber selbst wenn ich danach sehe, weiß ich, dass du laberst, Bro. Okay, warte. Nach der Runde kurz machen wir Stopp. Ich zeig dir kurz meine Cam im Discord, damit du mir glaubst. Bruder, dreh einfach weiter und schrei nicht so viel, wenn's nicht legit ist, weil sonst... Du musst dir Energie aufsparen, wenn wirklich einer kommt, verstehst du, was ich meine? Spar du dir mal den... Ja! Ich glaub's nicht. Und was hast du gezogen? Ultra-Special-Skin. Hast du Ultra-Special. Boom, zack, 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 zack. Bro, da ist mein siebter Special-Skin, Bro. Ja, okay. Bro, das ist vorbei. Das war's mit dir sehr wenig. Ja, ja. Zeig mal, wenn du's neunte Mal drehst, komm. Ja, ich dreh jetzt, Bruder. Ich dreh schon wieder. Ich hol jetzt meinen zehnten Special-Skin. So nix ist das. Leute, er schreibt einfach die Nummern im Discord rein. Und die Special-Skins er hat. Ich muss mir das doch merken, Bruder, hä? Alter, dass du das nicht merken kannst. Oh, zweiter... Oh, nochmal der Bibas, Digga, egal. Tüht mir ein. Ey, ich bin so gespannt am Ende, wie viel du wirklich hast, ne? Ja, ich auch bei dir, ehrlich. Hier nochmal den Trooper, den hab ich leider schon. Ich hab alle nicht gesagt. Ja, nein, nein, du hast vier, Bruder. Ich hab sieben. Sag mir mal, du hast Anubis. Ach, hab ich leider schon, schade. Sagen wir mal auf... Ich glaub, ich glaub, du hast drei auf Legit. Drei. Ja, drei. Welchen findest du am allerbesten von den ganzen neuen Skins? Ja, safe halt der Special-Skin. Wobei, ich find auch, diesen epischen, äh... Diesen, diesen... Special! Ja! 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 Du Bappes und Kack, Digga, was für Special! Du laberst! Pharao! 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 Bam, 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 Junge! Hier. Gleichzeitig Special-Skin gezogen. Du bist auch. Ich schalte das hier rein. Acht, Bruder. So ein Ding ist das. Ja, mach mal. Zehnmal bis hundert, dann hast du vielleicht hundertmal. Hier nochmal, ihr seht's, Leute, nochmal Special und Pharao und Hoppelhase. Hans ist auch am Start. Ich dreh jetzt direkt wieder, Bruder. Ich dreh auch weiter. Äh, Bruder, ich hab bei der Welt gleich 26.000 Sammeltorges wegen den ganzen Duplikaten. Ah, ja, stimmt ja, weil du so oft Special gezogen hast. Ja, ja, ja. Aber, Ding, du hast gesagt, Special-Skin findest du am krassesten, aber wenn du den In-Game siehst, äh, find ich den nicht so krass, weil der leuchtet nicht oder so. Der hat keine Partikel, leider. Also, ich find, das wird, das ist in der Beta, das wird noch gemacht, glaub ich, soweit ich weiß. Das kann sein, ja. Aber was ich, wenn ich auch sehr, sehr krass finde, aber der ist komischerweise nicht auf dem Glücksrad. Ich find auch noch diesen lilanen Skelett sehr, sehr krass. Oh, stimmt. Mit den Herzchen auch, ne? Special! Junge. Bam, Junge. Bum. Dass deine Eltern nicht reinkommen. Bam. Bruder, ich dreh mich jetzt hier auf dem Stuhl, Bruder, weil ich so krass bin. In welchem Stock wohnst du eigentlich, am 8. Ich dreh mich, Bruder. Ich muss Kopfhörer absetzen, ich dreh mich jetzt, Bruder. Ich dreh mich. Ich dreh mich jetzt, hier, Bruder. Okay, kotz nicht, aber bitte. Bruder, ich muss mich jetzt nicht drehen, Bruder, weil ich so viel Glück hab. Ich mache jetzt hier die Glücksdrehung, Bruder. Mach mal, mach mal. Wild. Und wie viel Special hast du jetzt, 8 oder 9? 9, Bruder. Ich schreib's auch direkt in den Chat wieder rein für dich hier, ne? So auf 10. Okay, warte mal. Das war jetzt unser zehntes Glücksrad Und du hast auch von neun Special gezogen Bro, ich weiß nicht Also ich drehe jetzt das elfte Mal Ich auch, ich spiel auch Ich weiß nicht, wer dich getunkt hat heute Aber irgendwas stimmt bei dir nicht Rapid, Rapid, Rapid Da ist der Rapid, let's go Der lila und der Rapid Der Hoppelhase Hans, Liga, let's go Ich hab ein Special gezogen, wollte ich nur mal anmerken Was? Ich hab ein Special gezogen Nein, was juckt mich das? Okay, okay Okay, ich hab gezogen, glaub mir halt nicht Glaub mir halt nicht Egal, am Ende, ne Du wirst so eskalieren Wie viel Specials ich eigentlich wirklich gezogen hab Oh, Bruder, ey Ich krieg erst den Herzinfarkt, wenn diese Special Skins kommt, Bruder Ey, ich geh in die Geschichte ein, Bruder Ich hab so viel Das ist Rekord, das ist Weltrekord Safe, Bruder, safe Du hast in elf Glücksrädern neun Special Skins Ja, klar Krass, Alter Ja, ich bin halt Ich bin halt der Master hier, ne So, ganz klar Ansonsten, man muss sich auch ab und zu mal wieder über ein paar normale Skins freuen Sonst würde das ja... Bei mir ist das schon viel zu normal geworden, zu welchen Skins zu ziehen, weißt du? Oh, hast du es schon durchgespielt? Ich habe es schon durchgespielt als Glücksrad Hier Aber mal so eine andere Frage Special hin oder her Ja Hast du schon diesen einen Power Ranger Skin in rot? Ich drehe es zur Hälfte mal Äh, den diesen anderen... Ach so, ne, ich hab ja noch nicht gezogen Ah, aber zehn Special Skins ziehen, okay Oh, nochmal Mrs. Santa Frau Claus, aber ich brauche den Santa Claus Sag mal, welche Flagge du am meisten ziehst, sag mal Ich ziehe keine Flagge, ich ziehe nur Special Skins Junge, stark wie viele Flaggen ziehst du? Ich hab, glaube ich, jetzt ganz... Ich hab übrigens Special Skin wieder gezogen, nur zur Info Ach so, ja Ach so, am Rand, ich hab grad auch einen gezogen, am Rand, du so aufgehend, ne? Nein, das trinkert mich Sag mal, wie viele Flaggen hast du gezogen? Ah, nee, beziehungsweise welche Flaggen hast du... Lubex, ich hab... Ich hab wieder Special, bro, no joke Na, na, nee Ich hab einen neuen Skin gerade gezogen, einen neuen Skin Einen neuen Skin, let's go Glaub mir, ich hab grad in einem Glücksrad zweimal Special Skins gezogen, no joke Boah, äh, tut denn, äh, Seven, tut dir in der Nase nicht schon weh, so lang wie die kann wird Hä, schon wieder Ja, okay Haha, ja Äh, nein Seven, deine Nase tut aber bestimmt schon weh, so lang wie die ist, oder? Zwei, drei, vier Special in einer Glücksradrunde Warte, stopp, stopp, Lumex, ganz kurz, stopp, mach Clown-Don-Stop, bitte Ja, okay Glaubst du mir, ja oder nein? Ja, dreifachens doppeln, nein Okay, dass ich in der Runde vier Special Skins glaubst du mir nicht? Nein, hä? Nie, was, das geht nicht Komm, wir machen ne Wette, wenn ich vier Special Skins hab, müssen die Leute 5000 Likes mindestens auf Video machen, wenn ich recht hab, wenn du recht hast, nur 3000 Boah, 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 Bruder, oh, ah, okay Ja, jetzt meine Hand zittert, Bruder, ich weiß nicht Ja, okay, komm, ich, wir machen Ne, mach weiter jetzt, komm Mach weiter Okay, okay, okay Ich hab grad in einer Runde vier Specials gezogen Ja, 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 äh, Seven Was der mir nicht glaubt Aus deinem Monitor wächst deine Nase gerade schon raus, die kommen schon zum Monitor bei mir wieder raus gerade tatsächlich Ah, echt? Bei mir ist deine noch im LAN-Kabel drin, sorry, ist ein bisschen schwer bei dir Ich muss noch die eine oder andere Pupel rausziehen bei deiner Aber ich glaub dir jetzt echt irgendwie, dass du vier Skins, dass du wirklich so viele Specials hast, weil ich hab grad auch ja in der Runde vier Specials gezogen Ja, hast du eigentlich mitgezählt, wie viele Specials du hast jetzt? Boah, das weiß ich, aber ich glaub, das waren jetzt mit dem zehn oder so, über zehn Ja, ja, ha, ha, ha Ich hab mir nicht glaubt, jetzt ohne Spaß Wirklich? Ich hab grad wirklich viel Ja, Santa Claus! Ja! Bam, Junge! Okay, der ist krass Okay, der ist krass Das ist Respekt Oh, oh, Special! Die besten zwei Skins hast du auf einmal gezogen Ja, hä? Standard Ich hab Mrs. Claus erst jetzt gezogen, ne? Mrs. Claus, ja! Er ist jetzt gezogen Er schreibt noch immer rein Ich hab zehn Specials-Skin Leute, schaut euch das an hier Santa Claus und den neuen Specials-Skin noch mal Das zehnte Mal jetzt, Junge! Ich hab schon über zehn Ja, genau, ich dreh jetzt noch mal hier Ich dreh auch weiter Ey, ich weiß gar nicht, ich hab mal den Timer kurz gestoppt Jetzt ist der kaputt Ich glaube Wir nehmen jetzt schon 23 Minuten auf Ich denke einfach mal, dass wir ungefähr noch so Jetzt so neun Minuten haben Denk ich mal ungefähr Okay, okay Also Leute, falls es nicht ganz korrekt ist Entschuldigt mich Ich seh den Timer den richtigen Ja, ihr seht den ja grad richtig hier eingeblendet Aber ich schätz mal einfach So neun Minuten haben wir noch ungefähr Digga Ich hab noch nie so viel Lügen in einer Aufnahme gehört, Leute Ja, ja, ey Ich bin voll auf deiner Seite Ich mein Du hast Du ziehst auch immer so So auf easy So mal so vier Special Skins Und zehn Spins Hab ich halt echt Wirklich Ja, ja, ja Ja, ja Ey, beim nächsten Mal schick ich dir ein Screen Boah, ich kann hier gar nicht mehr gucken Deine Nase ist schon vor meinen Augen grad So lang ist sie Die ist schon bis zu mir gewachsen, Bruder Digga Du hast gar keine Augen mehr So groß ist deine Nase geworden Ich sag dir, wie es ist Boah, noch mal hier das Baby am Start Aber leider Duplikat Wie feierst du Wie findest du eigentlich das neue Design vom Glücksrad? Finde ich besser Aber ich hätte mir einen anderen Namen überlegt Showboat Was soll das heißen? Ich hab keine Ahnung Showboat Ich dachte es ließ Snowboat am Anfang Ja, ich weiß Ich hab zweimal Baby hier gezogen Egal, hier komm Hier direkt in die nächsten Spins rein, Digga Ey, ich hab diesen Santa Claus noch nicht gezogen Der mit den Krallen, ne? Ja, ich will Das liegt halt einfach daran, dass du Oh Mann, ich brauch Cleopatra noch Cleopatra Cleopatra Komm schon Komm schon Sag, wann du nächste Runde reingehst Ich bin schon drin, Bruder Ich bin schon drin Und, 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 und Ah, keine Aheskin, schade Ey, ich frag mich gerade Wo kann man diesen komischen Epischen, äh, Skeletzchen Den will ich noch haben Ich glaub, den kriegt man vielleicht Im Stumble Pass Oh Mann, ich brauch noch Diese Cleopatra Und den Power Ranger Oder, oder man kriegt den Aus den anderen Ich glaub, der war ja Blau oder grün Ich glaub, der war grün Der war episch Ah, achso, der war lila Ja dann, hier eigentlich Ja, ich weiß auch nicht Ich bin am Ende so gespannt Also, guck mal Oh, ah, Mr. Claus Komm, wir sagen jetzt mal auf Auf, auf, auf Auf Wahrheit, wie viele Wir haben Komm, special Okay? Ich hab, auf Ernst jetzt? Ja, jetzt Real Talk Auf Ernst Auf Ernst Ich hab 15 Digga Du bist Als ob du 15 Stück hast Hä, ich hab grad in einer Runde So auch 4 Stück gezogen Aber ich hab noch nichts gesagt So Einmal die Wahrheit sagen Bei unseren Aufnahmen Einmal Ich dreh jetzt direkt Wieder am Glücksrad hier, ne Wollte ich nur sagen Wie er allen Fragen Aus dem Weg geht, Digga Ja gut Ich hab 16 Äh, ich hab grad meinen 17 Gezogen Der will mich so verarschen Ich dreh weiter Oh, oh, oh Oh, hab ich schon leider Egal Alles gut, alles gut Egal Du hattest mich nach dem Hallo Okay, warte Weil ich Mädchen bin Komm schon Ich brauch Ich hab das Gefühl Der Power Ranger ist seltener Als der Special Skin Ich will diesen Epigen Power Ranger haben Ich auch Den zieh ich Nicht mal ein Ui, ah, ne Hoppelhase Hoppelhase Bunny Knight Da ist er Let's go Ein neuer Skin, Junge Bam Haben wir nur nicht? Nein Okay Das ist gut Ich zieh einfach nichts grad Okay, oh, oh Cleopatra, Cleopatra Cleopatra, yeah Du hast alle fast gezogen Jetzt, ne Ich flieg in meinem Flieger Denn ich hab gewonnen Wer sagt denn das, dass du gewonnen hast, ey Ja Du denkst so Fast Hier nochmal zwei neue Skins, Junge Bam, 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 Junge Ich wollte nur sagen Lüg nur Lumex Ne, ist das Special Ich zieh jetzt hier gleich Meine nächsten Specials Und ich zieh hier wieder direkt, Junge Du ziehst immer einmal mehr als ich Ja, hä, ist doch klar Ja, 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 ja Ist doch klar Ist doch klar wie ein Toastbrot Ja Weißt du was? Wir sagen einfach am Ende vom Video Gar nicht, wie viel wir haben Und dann sehen wir es erst bei der Aufnahme Hä, aber Wir müssen ja wissen, wer gewonnen hat, Bruder Oh, ich Oh, ja Ich glaube, du kommst nicht mehr in den Stimmbruch Das war's Lumex, du kommst nicht mehr in den Stimmbruch Nein Deine Stimme ist so kaputt jetzt Das ist unmöglich Du hast mein 11-Gesbischest, Junge Wie viel 11? Du hast vorhin gesagt 15 Hä, ich war mein 17, Bruder Ich war mein 17 Ich hab den Power Ranger Retro Robo Ja Warum soll ich da lügen? Ich bekomm nur nicht mehr Punkte Ja, Punkte bekommst du schon mehr Ich krieg hier nur Duplikate jetzt die ganze Zeit Hallo Ich brauch neue Skins Komm schon Lumex, der Schwätzer und lüg nur Lumex Bis zumal Nächster Special Skin, Bruder Ja Nochmal, nochmal, nochmal Drei Special Skins Bro, bitte Ey, wenn du mich so anlügst Wie kann man Hardcore anlügen so? Drei Special Skins, Bro Drei Special Skins Erzählst mit Ich hab vier vorhin gehabt Übrigens vier Stück, mein Freund Bruder Hier Jetzt auf ganz saftig schnaftig Digger Ich hab vier gehabt Ich hab Special Junge, er schreibt noch immer in Discord rein, Leute Unglaublich Ja klar, ich dreh jetzt hier weiter, Bruder Ich dreh jetzt hier weiter Ich glaub's nicht Ich dreh weiter Ich dreh Oh, 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 oh Ich dacht schon, Digger Ich hab vier Stück in einer Runde Ich glaub, das ist Feldrekord Ja Das war halt gelogen, so mäßig Übrigens Wir haben noch vier Minuten oder so Also streng dich an Ich brauch den Power Ranger noch Power Ranger, Power Ranger, Power Ranger, Power Ranger Den hab ich, mein Freund Den siehst du heute nicht mehr Doch, doch Oh, ich hab nochmal hier die Dingensflag bekommen Welche? Deutsche? Äh, nee, diese Digger, welche waren das jetzt? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, ob's Die Pkanische Äh, nee, das war die Ich glaub War das die? Entweder es war die Dingensflag Oder die Nee, italienische war es nicht Oder ich bin, ich bin ganz Ich hab so viele Flaggen Ey, ganz kurz, Lumix Da ist der nächste Dragon Special Skin Nur für dich Nur für dich Ähm Wie bitte? Ich hör grad ganz schlecht irgendwie Guck mal Du zählst deine Discord Special Ich weiß gar nicht, wie viele ich hab Weil ich so viele hab Bist du? Ja Ja, ist okay Oh, ich brauch diesen Power Ranger, man Ich nenn dich sowas von Lügner, Lumix Ab heute Bruder Am Ende, wenn wir beide sagen Wie viele Skins hier wirklich gezogen haben Bruder Da wirst du sehen, Bruder Da wirst du sowas von sehen Ich hab's hinter Klaus gezogen übrigens Oh, ich hab am normalen Glücksfall gedreht Ups, ich muss raus hier Ups Oh, der ist selber schuld Ah, egal Warte doch Ich dreh einfach mal hier ganz kurz Lol Den kann man hier auch ziehen Den neuen Special Skin, ne? Ja Und jetzt rastet der aus Dass er den da zieht, Leute Passt auf In drei Zwei Eins Was war das? Gleich Ja 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 Leute, egal wie viele Special Skins wir haben Es wird ne geisteskrankknappe Runde Weil Dinger, es wird gar 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 Ey Bruder, also Seville Jetzt also wirklich mal ganz kurz Spaß für Seite Ich glaub, es wird wirklich spannend Weil wir können, glaub ich, beide sehr sehr viel haben Ja, ja Wir haben beide über zehn Special Skins Also ich hab weit über 20 tatsächlich Ja, ich über 30 tatsächlich Ey, Digga, kann man so viel Kacke labern Hammerhartig Wie viele Minuten noch? Wir haben jetzt noch zwei Minuten Okay, zwei Minuten Das reicht für zwei Räder, glaub ich Komm schon, noch ein Special Skin Na, ich hab hier die chinesische Karte grad gezogen Mhm Die hab ich noch nicht, glaub ich Noch mal Special Power Ranger Ich brauch den Power Ranger, komm schon Mann, schon flittert der ja Ja, das lustige ist Da wirst du mich jetzt auch noch gleich verarschen Stimmt Special Ja Ich will gar nicht mehr hin Ja, Leute Ich will gar nicht mehr hin Ich hab so ein Filter für Lügner Ja, mein 14er Special Skin Ey, ich hab meinen 19 Ey, meinen 31ster, mein ich Ah, okay Okay, ich hab grad in der Runde dreimal Anubis gezogen, übrigens Äh Aber gut Ich hab in der Runde zuvor tatsächlich sechsmal den Special Skin gezogen Das ist so bescheuert, ey Digga, das Ding ist Ich frag mich, was die Leute denken Dass wir beide blöd sind, oder? Ey, ich glaub, der Timer ist gleich vorbei Egal wie blöd wir sind Ich würd sagen, wir machen jetzt beide nochmal die letzten zehn Spins einfach, okay? Das beste Linie, oh Wie bitte? Ich hör dich grad ganz schlecht schon wieder Ich glaub, du bist wieder am Lügen, Seve Wenn du lügst, hör ich dich immer nicht, weißt du? Ich hab bis jetzt fast immer die Wahrheit gesagt Ah, fast, ah, okay Egal Ich würd sagen, Seve, bist du bereit für die letzten zehn Spins für beide? Ja, ich bin grad schon drin Okay, dann geh ich auch rein Ich geh auch rein Ja, geh schon rein Geh schon rein Das ist mein letztes Danach warte ich Du kannst reingehen Ja, oh, 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 oh Okay Okay, dann dreh du einfach auch nochmal Okay, aufgeregt Aufgeregt Weil du so schlecht bist halt Mach siebenmal Mach siebenmal Nein, ich mach nicht, weil du hast das andere Glücksdrehrad gedreht und es wär unfair, weißt du? Ah, stimmt, es ist ausgeglichen dann, ne? Genau, deswegen lassen wir's und nach meinen zehn jetzt hör ich auf Okay, komm Weil ich würde ja eine Chance lassen, weißt du ja Ja, ich bin fertig Ja, ich hab jetzt hier meinen 34. Special Skin, Digga Let's go Wir haben nicht mal 34 Mal, glaub ich, gedreht Hä, ich hab ja auch in einer Runde sechs gezogen, das geht schon Ah, ey, stimmt, du hast recht, ja Ja, ja Stimmt, ja, stimmt, ja Ja, ich bin fertig, dann warte ich mal auf dich Ja, komm, ich brauch's hier nochmal Geh Kleopatra, nehm ich nochmal mit, okay Ich glaub, das ist der vorletzte Spin oder so, komm schon Nochmal jetzt ein Special Dein Cutter tut mir leid Erhört Special Skin, er zählt drauf, dann doch nicht, ey Tut mir leid Okay, ich bin fertig, ich bin fertig, gut Gut, ich würd sagen Warte, 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 warte Dann würd ich sagen, äh, gehen wir einmal, äh, in den Spind rein, okay Und, äh, dann, äh, schau ich einmal oben bei den legendären Skins Wie viele legendäre Skins hast du da? Bitte sag einmal jetzt auf ernst, wie viele legendäre Skins du hast, wenn du auf legendär stellst Also, legendär hab ich acht Stück Ich hab neun Stück tatsächlich Aber, ich muss dazu sagen, einer der Goblin-Meg ist auch aus dem falschen Glücks, deswegen kann ich ihn nicht mitziehen Also hab ich auch genau acht, okay Das heißt, das ist schon mal gleich, okay Jetzt kommen wir zu den epischen Skins Und, ich seh grad, lol, ich hab den Reto-Roper, ich hab den Power Ranger sogar Lol Hab ich gar nicht gecheckt Okay Okay, krass Ganz kurz Ich glaub, äh, Chili-Pinguin und Dr. Neo und den The-Montane, oder wie er heißt, äh, konnte man auch nicht ziehen Das heißt, die lass ich raus Also, ich weiß auf jeden Fall, welche die neuen Skins sind Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Ähm, sechs müsste es, glaub ich, sein, ne? Ich hab fünf epische, fünf neue Ja Ich hab tatsächlich, warte mal Eins, zwei, drei, vier, fünf Okay, ja, es sind noch fünf neue Ich hab auch alle fünf tatsächlich Okay, okay Das heißt, das ist auch gleich Jetzt kommen wir zu den seltenen Skins, okay Da hab ich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs neue Wie viel hast du? Da hab ich fünf nur Geil Das heißt, das ist der erste Abstand Und jetzt würde ich sagen Äh, Leute Wir sagen jetzt mal drei, beide auf wirklich real, wie viele special Skins wir gezogen haben Ganz kurz, ich will nur ganz schnell sagen Ja Ich weiß es echt nicht mehr genau Aber ich versuche jetzt, mich zu daran erinnern, wie viele ungefähr, okay? Ja, okay, easy Also ich weiß es wirklich nicht mehr ganz genau Ja, ja, alles gut So, Leute Ich würde sagen, bei drei Selbe seien wir jetzt einfach auf wirklich 100% Äh, auf 100% ernst, wie viele special Skins wir haben, okay? Ihr seht dann auch jetzt gleich nochmal endgültig die Punktezahl hier eingeblendet von jedem Und dann wird sich gleich herausstellen, wer der Gewinner ist Also wir haben ja ungefähr gleich viele normale Skins Ich hab ja, glaub ich, ein Skin mehr, was episch anging Das heißt, es kommt jetzt auf die special Skins drauf an Bist du bereit, Selbe? Ja, ich bin ready Okay Drei Zwei Eins Vierzehn Achtzehn, glaub ich Achtzehn Ich glaub achzehn, ja Ich hab wirklich in einer Runde viermal special gehabt Achtzehn Ja, ich glaub Ah, ich glaube Ich will jetzt nichts Falsches sagen Aber ich glaub Bro, wenn das stimmt, geh ich jetzt Klopapier essen Okay Oh, wenn das stimmt, du isst Klopapier Okay Leute, ihr seht ja jetzt hier Selbe seinen Punktestand eingeblendet Das heißt Sollte ich jetzt mehr Punkte haben Sollte ich mehr Punkte haben als du Und du sollst hier Und du hast reingeträumt, Selbe Dann wirklich Dann kommt eine ganz dicke Nase bei dir vorne raus, Junge Ich hab, ich kann mich echt nicht mehr dran erinnern Aber ich meine, es waren über 50 auf jeden Fall Ja, ja Leute, ihr seht jetzt hier die reale Punkteskala eingeblendet In meinen Augen hab ich ganz klar gewonnen Selbe, ist ja klar so, ne Digger, ich hab viel mehr Special Skins als der Ja, ja, ja Ich würd sagen, Leute Wenn euch das Video gefallen hat Lasst mir gleich sehr, sehr gerne ein Like Und ein Abo da Checkt doch gern Selbe ab Und ansonsten würd ich sagen Selbe, hast du noch was zu sagen zum Abschluss? Ja, das sind wir Nein, perfekt Gut, dann würd ich sagen Sehen wir uns Haut da rein Ciao Ciao